In diesem Guide zeige ich dir, was du tun musst, um die Trophäe Pazifist in Stray ganz leicht freizuschalten. Dafür musst du nämlich einfach nur Kapitel Nummer 8, das da heißt Kanalisation, absolvieren, ohne einen Zurg zu töten. Und wir sind hier gerade ganz am Anfang vom Kapitel und du sollst Clementine da hinten durch die Schleuse mit dem Boot einmal durchlassen. Dafür hast du den Hebel umgelegt und du hast gesehen, diese Eier von den Zurgs, die ploppen auf und hier musst du halt einfach nur aufpassen. Du könntest theoretisch mit deiner Drohne und dem UV-Licht per L1 die Zurgs töten, aber wie gesagt, das wollen wir auf keinen Fall tun, weil wir wollen ja die Trophy Pazifist freischalten. Im weiteren Verlauf, deshalb habe ich jetzt hier einen Cut reingemacht, kommst du dann an einen Punkt, bei dem du hier wirklich eine megamäßig große Ansammlung von Zurgs hast. Und hier rennst du am besten einfach durch, betätigst den Hebel und wenn jetzt hier an der Stelle ein Zurg auf dich drauf springt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Schüttel den einfach ab, du wirst trotz allem die Trophy freischalten können. Falls es so sein sollte, dass du zum Beispiel jetzt hier an der Stelle von so vielen Zurgs belagert wirst, dass du tatsächlich stirbst, dann lad einfach den letzten Checkpoint und du wirst trotz allem die Trophy ganz easy freischalten können. Also du musst dir eigentlich gar nicht großartig Gedanken machen und einfach nur mehr oder weniger dem Weg hier so folgen, wie ich dir das zeige. Am besten natürlich auch hier wieder den Zurgs so gut wie es geht ausweichen. Du kannst theoretisch auch direkt hier durch diese riesen Eier da durchrennen. Die ploppen dann einfach nur auf. Musst du dir gar nicht so viele Gedanken machen. Als zusätzlichen Tipp kann ich dir noch mit an die Hand geben, dass du auf jeden Fall mit dem linken Stick so ein bisschen nach links rechts schwanken kannst, also immer so ein bisschen hin und her toggeln. Dadurch kannst du auf jeden Fall ganz leicht den Zurgherden aus dem Weg gehen. Hier kommst du jetzt an eine Schleuse, durch die du durch musst. Da musst du erst rechts und links, beziehungsweise kannst du auch erst links oder dann rechts, die Tür aktivieren mit B12. Ich habe das jetzt hier erst auf der rechten Seite gemacht. Danach kommen hier auch wieder ganz viele Zurgs von der Decke gestürzt und das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Du kannst dann hier versuchen, den ganzen so auszuweichen. Jetzt auch hier siehst du, bin ich einfach durch diese kompletten Eier da durch. Die sind dann aufgeploppt, aber das war für sich gar nicht so schlimm. Denn Hauptsache, du bist hier nicht zu sehr von denen belagert, sodass du auf keinen Fall hier bei der Nummer stirbst. Und falls doch, wie gesagt, dann einfach vom letzten Checkpoint wieder starten. Du darfst in der Stelle halt einfach nur nie hingehen und mit B12 dann das UV-Licht einsetzen, sodass du die Zurgs tötest. In dieser Szene hier bei der Zwischensequenz, in der B12 das UV-Licht von ganz alleine benutzt, da ist es nicht schlimm. Das wird auf keinen Fall dazu führen, dass du die Trophy irgendwie nicht freischalten kannst. Du darfst es halt einfach nur selber nie einsetzen. Und jetzt hier in dem Moment kannst du das sowieso nicht, weil B12 jetzt momentan außer Gefecht gesetzt ist. Und hier musst du einfach nur rennen. Und auch hier siehst du, ich schwanke die ganze Zeit so nach links und rechts. Und hier musst du jetzt einfach nur schauen. Hier biegen wir jetzt zunächst erstmal nach links ab. Dann hier direkt wieder nach rechts die Treppe hoch. Hier einfach gerade ausbleiben. Und dann hier wieder rechts abbiegen. Dann wieder direkt links. Halt einfach immer den Zurgs so gut es geht ausweichen. Auch hier wieder links. Dann hier oben direkt geradeaus. Und dann direkt danach wieder rechts. Du siehst, manchmal ist das echt knapp. Und hier unter der Leitung durch, unter dem Rohr durch. Und dann kommst du hier hinten bei dem Gate an. Und danach, wenn du hier durch bist, bekommst du auch die Trophy-Pazifist. Ich hoffe, mit dem Guide konnte ich dir weiterhelfen. Und wenn du weitere nützliche Tipps für Stray suchst, dann folg doch einfach hier dem Link. In diesem Sinne, hab vielen Dank, hau rein und mach's gut.